Hallo und Willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Hexe. Ich spiele mit den Perks Franklins Niedergang, Sackgasse, Korrupte Intervention und Triff Deine Wahl. Mal schauen wie wir uns schlagen werden. Ich habe irgendwie, ich ärgere mich gerade so ein bisschen drüber, ich habe irgendwie aus Gewohnheit einfach Franklins Niedergang drin gelassen. Obwohl es in der Lobby eigentlich nur eine Toolbox gab, also es hätte sich jetzt nicht gelohnt dafür einen Perk mitzunehmen. Aber naja, jetzt haben wir es dabei. Es wird schon nicht schaden. Okay, ich platziere erstmal ein paar Fallen. Ich baue das Netz auf, ich habe zwei Errons mit. Einmal, dass ich meine Fallen schneller legen kann und außerdem, dass ich mich aus einer größeren Distanz zu meinen Fallen hin teleportieren kann. So, und dort hinten hat es gekracht. Okay, statten wir den Überlebenden mal einen Besuch ab. Okay, mein Netz, das ist schon eigentlich ganz gut aufgestellt. Hallo ihr beiden. Du läufst zur Palette. Meg hat sich dorthin versteckt. So. Okay, jetzt müssen wir den Außenweg gehen. Perfekt. Und ich kicke trotzdem den Hit rein. So, du willst anscheinend auch gejagt werden. Ich denke, das kriegen wir hin. Einmal, perfekt. Wir rennen halt beide in Gebiete, in die ich nicht laufen möchte. Weil ich hier unten halt nichts an meinen Fallen habe, auf der anderen Seite, habe ich euch hier hinten halt jetzt gefunden. Schnell und leise drüber. Flink, flink. Okay. Oh, die ist trotzdem. Okay. Ich würde schon sagen, wenn sie kein hartem Nehmen hat, habe ich sie. Komm mit. Und hier hinten an den Haken. Und dann muss ich nochmal in mein Netz gehen, ja. So, ich dachte es mir, dass sie jetzt auch die ersten Gens reparieren. Okay, dort oben rennt jemand. Oh, das ist die Heddy. Nee, die Kledette ist das. Habe ich dich. Wunderbar. Okay, ich glaube... Ja, da habe ich nichts. Was? Eigentlich, ich bin ehrlich, ich habe die andere Falle angeguckt. Die dort hinten, ne? Aber in der Sekunde hat die Yui auch eine Falle ausgelöst. Warte mal, die ist gar nicht... Die ist gar nicht hier lang. Oh, meine Klüfer. Meine Klüfer. Komm. Klüfer, bitte. Danke. Sie wurde gerettet. Sehr schön. Oh, du hast gerettet, ne? Meine Besessenheit. Deshalb trifft deine Wahl, ist getriggert. Was für ein Chaos. Okay, der ist geheilt. Das heißt, bestimmt heilt sich gleich auch Yui. Denn die beiden haben sich bestimmt gefunden. Weil sie haben ja kein Medikits. Die hatte ich ja alle verwundet. Ja. Yui ist geheilt. Okay. Ich setze hier nochmal noch ein, zwei Fallen hin. Jetzt sind alle geheilt. Okay, aber wir konnten immerhin einen schönen Tausch hinbekommen. Durch trifft deine Wahl. Oh, okay. Ich denke mal, ja. Die reparieren hier. Hallo, Yui. Sie haben irgendwo gesegnet. Okay, du hast es besser ab. Genau. Wenn du dort hinten hin rennst. Okay. Habe ich dich einmal. Aber es war nicht trifft deine Wahl, ne? Ja, lauf links, lauf links. Sehr gut, Quidditch. Habe ich dich. Damit ist der Fallenplan schon wieder aufgegangen. Oh, du kommst in den Keller runter. Wir machen es euch jetzt ein bisschen schwerer. Ich meine, es ist ja auch immer eine schöne Gelegenheit. Okay, zweiter Generator durch. Saka ist versperrt den nächsten. Wunderbar. Falle hin. Eine hier hin. Und dann lege ich noch eine hier so auf die Treppe. So. Perfekt. Hier hinten haben wir Yui. Hier setze ich eine neue Falle hin. Hallo Yui. Ja, Yui würde es nicht glauben. Aber ich habe sie jetzt eigentlich da, wo ich sie will. Ne. Hier haben wir dich, Ada. Hallo. Einmal. Perfekt. Oh, das ist ein Fehler. Zweimal. Down. Ich platziere mal hier eine Falle. Wenn ich die Überlebenden wäre, ich wäre jetzt sofort da, um zu retten. Ja, sind sie. Falle eins weg. Ich habe. Dort ist die Falle zwei irgendwo. Hier haben wir Mech, die wieder meine Falle ausgelöst hat und jetzt wieder ein One-Hit ist. Ne, ist sie nicht diesmal. Yui hat gerettet. Gut gemacht, Überlebende. Okay, ja, ja. Warte mal. Bist du das immer noch Mech? Ja. Ich meine, ich kriege mal auch so... Ich hätte jetzt gerne Yui gehabt. Schade, ich hätte geduldig sein sollen. Hätte, hätte, naja. Wäre ich jetzt Mech, wäre ich schon wieder... Da haben sie gerettet. Ah, okay. Ich denke aber, ich hole mir jetzt die Mech. Nee, hole ich mir nicht. Oh, das glaube ich nicht, dass das geklappt hat. Das will ich nicht glauben. Oh, ist so bitter, dass das geklappt hat. Ich hätte sie jetzt schon zweimal mir holen können. Viel zu lange gedauert jetzt. Die anderen zerstören meinen Fallennetz, aber ist kein Problem. Okay, Yui geht nicht mal. Ach, so bitter. Naja, so Täter hätte. Dort hinten sind sie wieder. Falle hin. Und hier setze ich auch nochmal eine hin. So, da habe ich noch diese Falle stehen. Hier setze ich auch nochmal eine hin. Und dann gehe ich nach dort unten. Sie haben halt hier jetzt alles an Fallen rausgenommen. Aber ich habe noch fünf, die ich setzen kann. So. Hallo, Ada. Oh, Ada, bist du nicht tot, wenn du hängst? Nee, oder? Okay, einmal. Das mache ich aus. Oh, dort hinten war das. Ich dachte, es wäre jetzt die Ada, die eine Falle hier ausgelöst hat. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, ich denke, Cluedet oder Yui sind wieder One Hits. Ah, die Falle ist schlecht gesetzt. Naja, passiert. Oh, hier wurde zuletzt repariert. Hallo. Boah, boah. Okay, das... ...widerstützt nur meine Theorie. Und zwar, dass Cluedet gerade ein One Hits ist. Ihr habt hier noch eins? Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, das ist raus. Okay, ja, perfekt. Lauf, lauf. Oh, hart am Nehmen. Okay, na gut. Hart am Nehmen kommt dort natürlich meinen Fallenplan aus. Und wir hatten gerade die Ada auch an der Jagd. Ich glaube, die wäre nämlich wirklich tot gewesen. Hätte ich die geschnappt. Hier ist halt leider nichts, Yui. So, du bist zum Clueden One Hits, weil du hart am Nehmen schon genutzt hast. Also ich muss kein hart am Nehmen vornehmen fürchten, das meinte ich. Der wurde repariert, okay. Hepf. Erster Haken. Uh, erster Haken. Immerhin alle anderen verwundet. Hier setzt sich einer hin. Welche Gents sagen wir? Der ist versperrt, okay. Und hier setzt sich noch eine hin. Hallo? Okay, dort hinten hin will ich nicht. Habe ich dich? Lieber hier hin. So, falle hin. Du kommst mit. Zweiter Haken für Cluedet. So. Dort oben wieder, oder? Ja. Hallo, Ada. Mac löst die ganze Zeit dort hinten fallen aus. Boah, Leute. Mac. Jetzt kommt Mac retten. Ja. So, ich gebe Mac mal einen mit. Habe ich dich? Okay, dann hole ich mir jetzt Ada. Ich hole mir die, so oder so, ne? Hallo, Mac. Hallo, Nehmen wieder. Sehr schön. Und du nutzt jetzt den Boost, um zum Haken zu kommen. Aber du vergisst, Mac. Ich bin der Hexer. Ja. Sehr schön. Das habt ihr gut gemacht. Oh, was für eine Rettungsaktion hier, Mensch. Okay, das heißt, du kommst jetzt mit an den Haken. Bist tot, denke ich. Hep. Ja. Und dann holen wir uns Mac. Das haben die richtig gut jetzt gespielt. Stimmt, ich hatte halt vergessen, dass ich die Ada direkt dahinter liegen gelassen hatte. So. Ich glaube zumindest, dass Mac jetzt tot ist. Hep. Ja. Perfekt. Das ist gut und wichtig. So wie ich das möchte. Für alle hin. Okay. Wie sieht es mit meinen Gents aus? Naja, wir haben halt kaum mehr ein Fallennetz. Der hier ist, denke ich, recht weit. Okay. Über mir ist der Segen. Das heißt, wir sind hier direkt. Also, wir sind hier sehr wahrscheinlich irgendwie. In der Nähe. Warte mal, da war er? Nee. Hä? Ich hätte schwören können, ich hätte was gehört gerade eben. Hallo. Jui. Du wirfst nicht mal die Palette um. Ja, gut. Nein. Oh, ich hätte es reinschlagen sollen. Hallo. Jui ist anscheinend die Ablenkungs... das Ablenkungsmanöver. Flink, sehr schön. So, ja, du hast hier noch die Palette. Ja. Äh, wie in der Richtung will ich dich denn haben? Am besten in Richtung Boden. Okay, damit bist du tot. Ich habe keine Aufgaben für die Falltür. Und auf die Schulter. So, und hier in den Haken. Ich meine, ich hatte die Runde Franklins mit, aber ich hätte es nicht mithaben müssen. Das hat mir irgendwie nichts gebracht, so. Okay, ich platziere hier mal eine Falle hin, falls sie bei einem Tor dann wartet oder zu einem Tor rennt. Ja, ich habe halt kaum mehr noch Fallen stehen. Oh, letzte Gen durch, krass. Okay, sie rennt direkt. Ja, sie versucht, die Feier zu finden. Das Blöde ist halt, oder was heißt das Blöde? Was gut für sie ist. Wenn ich die jetzt aus den Augen lasse, dann könnte sie halt zum Tor laufen. Warte, ne, dann habe ich dich. Also ich musste sie jetzt jagen. Ich konnte jetzt nicht sie in Ruhe lassen und nach der Falltür suchen. Okay, und sie kommt nochmal zum Schluss, zum schönsten Ort im ganzen Spiel für mich. Dem Keller, okay. War eine gute Runde. Ich denke, Sackgasse hat die Überlebenden schön verlangsamt. Korb der Intervention hat die Überlebenden am Anfang in meine Richtung gedrängt. Triff deine Wahl. Ich glaube, ein, zweimal hatten wir den One-Hit, gerade auf die Meck am Anfang. Das war sehr nützlich. Ja, Franklin's Niedergang. Naja, da hätte ich vielleicht was Cooleres mitnehmen können, aber hatte ich irgendwie, ich hatte den Puppet eingestellt und dann habe ich gar nicht auf die Lobby geschaut. Naja, passiert. So, okay. Double Pip, wunderbar. Und das waren meine Überlebenden. Good Game, well played. War eine schöne Runde. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bistik und Anregungen im04 Nr.